Sachen, die dir bei der Navigation helfen können, sind Ameisenhügel, einzelne Bäume und Schatten. Okay. Ich kann das nicht mit bloßen Händen aufschrauben. Na, das hat auch keiner gesagt. Was haben wir hier? Das nehmen wir mit. Denkt daran, sprich mit Cieling, dem Einsiedler, über das Kloster. Er scheint eine Menge darüber zu wissen. Sim, halte das Tor zur Portalkammer offen. Diese Winden sind rostig und können jederzeit versagen. Ich möchte nicht da drinnen eingeschlossen werden. Jetzt ist das runtergefallen. Okay. Ah, erstmal überall draufklicken ist immer gut. Lea, ich brauche wohl einen Schraubenschlüssel, um es abzubekommen. Okay. Gut, wie kriege ich das Mädchen jetzt hier hoch? Das ist die Frage. Ich gehe nochmal eben hier hin. Okay, der Boden ist so kalt wie Eis. Gut. Hm. Das nehme ich mit. Ich muss die Fensterläden verriegeln. Gut, das kann ich schlecht mit der Stahlbürste machen, befürchte ich. Und irgendwie müssen wir hier nirgendwo mehr was machen, angeblich. Ah. Das ist das, was feststeckt. Okay. Wir müssen beide Winden gleichzeitig benutzen. Okay, das steckt fest. Oh, ich weiß nicht, was es von mir will. Wir müssen alle Öffnungen schließen. Okay. Ich gucke jetzt nochmal eben hier unten. Kann ich nach... Ach, da. Das Tor klemmt. Kann ich denn schon mal das hier zumindest? So, guck mal. Das geht schon mal zu. Da wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich hin. Und jetzt gucken wir erstmal, was hier noch alles liegt. Das Benzin ist ganz verdreckt. Dann... Schade. Hätte ja klappen können. Abgeschlossen. Gut, dass wir den Schlüssel gefunden haben. Das nehme ich alles mit hier. Da ist eine Feder versteckt. Okay. Das Benzin ist immer noch verdreckt. Aber ich weiß nicht genau, was wir da tun können. Das können wir schon mal sauber machen. Och, das fieses Geräusch. Das Schloss nehmen wir auch mit. Ja, das Benzin ist verdreckt. Keine Ahnung. Schlafsack haben wir auch. Schlafsack können wir doch bestimmt hier auf die... Hier drauf legen. Genau. Sie sollte hier sicher sein. Das denke ich auch. Gucken wir mal eben... Was da ist. Die Zahnräder fehlen. Okay, und hier fehlt noch irgendwas. So. Dann haben wir das schon mal gefixt. Wozu dient diese Vertiefung hier? Weiß es nicht genau. Kann ich jetzt die... Die Alte holen, oder was? Was kann ich hier machen? Ach ja, das hier ist noch. Den Rick, den kann ich ja jetzt irgendwie nicht holen. Aber hier hatten wir doch jetzt noch irgendwo was. Genau. Den Schraubenschlüssel. Ähm, das schrauben wir auch auf. So. Kann ich das hier wieder reinpacken? Festschrauben. Ah. Sehr schön. Der Boden wird wärmer. Das haben wir doch gern. Jetzt gucken wir mal eben hier. Da haben wir noch irgendeine Feder gefunden. Verzeihung. Die Frage ist, was wir jetzt hier mit dem Boden machen können, ehrlich gesagt. Weil irgendwie... Also wir haben jetzt das hier. Wir haben es wärmer. Wir haben das hier schon gefunden. Hm. Nett. Nett ist auch super. Nett. Ah, da ist er ja. Wir mussten ihn erstmal triggern. Wir müssen uns die Schlagerschre実f sein. Wir müssen die Schlagerschreifern sehr gut machen. Wir müssen die Schlagerschreifern oder so machen. Wir müssen die Schlagerschreifern setzen. Wir müssen sie mit diesem. Und das lösen uns das Problem mit dem Blizzer, glaube ich. Jetzt können wir reden. Und? Das ist das ganze Geschichte. So he's looking for Asmodei's grave and he's obsessed with the portal that's behind the gate. I only wonder why is it so quiet over there? Let's go find out. Could you help me with that? We need to turn them simultaneously. Mm-hmm Portal. Einmal durchgehen hier. Ja. Schon wieder? Irgendwie? Ich glaube, ich kann es fixen. Was ist hier los? Wir brauchen etwas Benzin. Dann packe ich... Interessante Idee, aber irgendwie klappt das nicht. Leerer Kanister. Okay. Ach, jetzt guckst du da. Der springt aber auch hier gut durch die Gegend. Aber ich brauche einen Sparksplug und ein bisschen Fuel. Können Sie sie finden, bitte? Diese Wand ist ein Relikt. Wir sollten vorsichtiger sein. Es ist die Schuld des Professors. Er ist von diesem Portal besessen. Dieser Mann hat etwas Seltsames an sich. Okay, was haben wir hier? Das ist das Portal, aber führt es wirklich zu Azimods Grab? Haben Sie das Tor, Raffi? Ich will dich stoppen, Preacher. Was auch immer es braucht. Es ist immer gut, übrigens mit einer Digitalkamera Digitalkamera-Fotos abzufotografieren auf dem Display der Digitalkamera. So, wir haben den Beweis, dass er hier war. Aber wo ist er jetzt genau? So, so ein bisschen, als hätte er sich hier extra fotografieren und in Szene setzen lassen. Das hatten wir gerade schon. Da die Linse zerbrochen ist, ist es nutzlos. Wir haben hier ein gefrorenes Sieb. Okay. Gut, gut. Was haben wir hier? Da kommen wir eh nicht hin. Weil zu dunkel. Hast du noch irgendwas gefunden hier? Yo, mache ich dir. Besorge ich dich, ey. Okay. Was haben wir denn hier noch? Gucken wir einmal auf die Karte. Hier bin ich angeblich richtig. Dann gehe ich doch mal hier zu der alten. Das ist alles, was wir im Moment für sie tun können. Und das können wir hier einmal auftauen. Sind das Reliefteile? Ja, das weiß ich nicht. Die Frage ist, warum sie es nicht da so hinschiebt, dass das mit auftaut. Aber immerhin haben wir jetzt schon mal ein Sieb. Das ist ja auch schon mal was, ne? So, dann gucken wir mal eben hier und... Ah, können das jetzt hier irgendwie durchsieben? Boah, Moment. So. Das packen wir da drauf. Dann packen wir das Sieb da rein. Und dann können wir nämlich hier einmal das Benzin reinpacken. Und schnell wieder zu mit dem Tor, damit die alte hier nicht weiter abfrägt. Okay, das haben wir. Bitte schön. Idiot. Ja, ja, ja. Jetzt will er aber auch alles haben hier, ne? Okay, das kann ich immer noch nicht kombinieren. Gucken wir halt nochmal auf die Karte. Das können wir abschneiden. Okay. Und damit können wir jetzt hoffentlich das hier aus der Ritze rausholen. Yay! Gucken wir mal, was ich... Nicht so voreilig hier. Moment. Okay, wir gucken uns das mal an, was er hier gefunden hat. Ja, wollte ich, aber dann ist sie einfach weg. Wir sind weggegangen davon. Wir sind hier auf den Fersen, Prediger. Nimm dies! Okay. Gucken wir mal weiter hier. Was ist denn hier? Ich habe ganz viele von diesen Sammelobjekten noch nicht gefunden. Und ich habe das Gefühl, das Spiel ist gleich schon vorbei. Guck mal, da war jetzt irgendwas. Wildes herumklicken. Diese Dinge habe ich nämlich, glaube ich, komplett übersehen. Weil ich aber auch nicht weiß, wonach ich da suchen muss. Ist bestimmt auch noch irgendwas versteckt. Egal. Das ist egal. Ach, komm mal. Ach. Magisch oder was? Oh. Ei. Ja, ja. Ding geht schon gut. Bis dann. Sie schaut mitgenommen aus. Das muss das Fieber sein. Ich frage mich, wie sie das gemacht hat. Was auch immer sie gemacht hat. Sie hat die Dinger hier wieder zusammengesetzt. Eigentlich sollten wir doch froh sein. Was ist das? Was ist das? Okay. Ich kann es nicht entfernen. Es steckt zwischen den Zahnrädern fest. Super lange. Da müssen wir wohl irgendwas tun, um das wieder hinzubiegen. Rick! Sind Sie... Ich bin... Ich bin zu alt für das. Was war es? Es war die Pfeife. Fong hat sie zusammengefasst und... Rick, ich denke, dieses Portal könnte eigentlich der reale Deal sein. Dann müssen wir es fixen. Ich versuche, es zusammengefasst. Find einen anderen Weg, um hier zu kommen. Wait, take my gun, just in case. And take the pieces with you. Okay, er hat irgendwas gefunden. Danke. Ach. Kann ich ihn jetzt erschießen? Man weiß es nicht. Wir gehen nochmal hier nach vorne raus. Vielleicht ist hier noch irgendwas.